Was ich spiele, das ist eine arabische Ney. Die Unterschiede ist, es gibt, weil andere, man nennt Ney, das ist in der Türkei. In der Türkei nennt man Ney und schreibt das Ney, aber das arabische ist Ney. Eigentlich ist es das selbe Instrument, aber die Ornaments und die Skalen sind anders. Die Ney ist aus Bambus, das ist einfach eine Rohre und hat neun Abschnitte. Das ist ein Abschnitt, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und hat auch sieben Löcher. Sechs von vorne, also drei und hier ist auch drei und ein für das Daumenloch. Und also der Klang, einfach so schräg, so schräg. Jetzt, ich spiele nur einen Ton. Man macht die Lippen, sollte rum so halten, wow. Dann bläse ich ganz leicht. Hier gibt es kein Münchstück. Man bläst direkt an der Kante. Wert, die Luft wert, drei Viertel rein, ein Viertel raus, damit ist direkt an der Kante geschnitten. A Bibel, A Bibel,は okei. Er Dräuen, in Kante geschnitten. I mean, we were. Wenn wir das jetzt immer noch ein Sprache lieben. Ein Mal vom Romboxkitzomen Dad übern innere Galie. ージ hooks haben wir das cubic. Und wir übern państwa verletzen. Und dann kommst die fucking Arten? Vielen Dank.